Herzlich willkommen zurück bei unserer Bevandert-Vlog-Reihe. Wir haben jetzt drei Tage vor Heiligabend und sind am Kahlenasten bei Winterberg. Bis vor ein paar Tagen war hier noch das größte Winter-Wonderland. Aber der Regen hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, vorerst. Wir haben nämlich Großes vor in diesem Winter. Ganz genau, wir werden ein Iglu bauen und sogar darin schlafen, wenn alles gut geht. Wir brauchen noch Equipment und allerlei andere Dinge für unser Vorhaben. Die Location steht auch noch nicht. Genau. Ich habe eine kleine Umfrage gemacht auf Instagram. Was brauchen wir? Was denkt ihr? Wird uns das gelingen? Was dürfen wir nicht vergessen? Schnee wäre gut, wenn ihr den organisieren könnt. Aha. Aber. Ach nee? Wenn es weiter so regnet, fällt euch das Dach auf den Kopf. Danke für den Tipp. Dann habe ich noch gelesen, Feuerschale, Bier, Pizza und einen Kühlschrank. Warum Kühlschrank? Also wenn wir Schnee haben. Was hast du noch aufgeschrieben? Feuerschale, Holz, Topf, Verpflegung, Bier natürlich, Werkzeug, Schippen. Die Liste steht aber in den Baumarkt. Wer cast Welt. Wenn das nicht unser Laden ist, weiß ich es nicht. Geil, Alter. Wollen wir den noch, sonst klauen Werfer? Wie geht das? Achtung. Geht nicht. Müssen wir uns mal durchfragen oder finden wir das System eigentlich angehen? Immer wieder schön hier im Baumarkt, ne? Vielleicht brauchen wir sowas hier. Ne, damit kann man es so glatt streichen. Ja, okay, nehm mit. Hey, warte mal. Brauchen wir das für die Eiskötze? Ja, es kamen ja so ein paar Tipps, ne, von unserer Community. Die haben gesagt, man braucht das. Ne Säge? Ich glaube, die ist es, Meri. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal den Test. Kann man sich das schon vorstellen, oder? Ich würde dann hier so liegen. Ja gut, jetzt bauen wir mal aus der kleineren Kiste noch ein Iglu. Wie viel hast du denn da immer? Ja, zwei. Ja, und das Iglu wird dann so aussehen. Nein, nein, nein. Okay, dann haben wir unsere Kisten gefunden. Wie lange brauchen wir für einen so ein Ding, das zu befüllen? Minute. Minute. Ja, dann sind wir jetzt vorne am Minuten am Iglu. Geil. Komm, dann nehmen wir die mit. Wir haben alles. Ich hoffe, wir haben an alles gedacht. Wir haben jetzt das ganze Equipment zum Iglu bauen. Wir haben unser Kochequipment. Wir müssen uns noch um so ein Dreibein und eine Feuerschale bemühen. Genau. Unsere Klamotten haben wir auch bestellt. Isomatte, Schlafsack, Zelt. Jetzt brauchen wir nur noch Schnee und eine Location. Leute, ein kurzes Update von uns. Wir stehen jetzt hier am Ort des Geschehens, da wo wir das Iglu gebaut haben. Und ihr seht es im Winter rund. Es hat sogar ein wenig geschnallt. Ob das wirklich gereicht hat und wie uns das ganze gelungen ist, das seht ihr im zweiten Teil. Der ist schon online. Also viel Spaß beim Schauen. Ich rufe. Und ich rufe. Vielen Dank.